SAUSE? Wer sagt denn sowas? SAUSE? Tja... Kreuzworträtsel 50 plus! Hehehehe! Herzlich willkommen auf Sladi Zockt und einen neuen Kreuzworträtsel! Schauen wir mal wie weit wir kommen. Momentan lacht es mich nicht so wirklich an. Violett ist lila. Englisch blau. Blue? TV man! Oh Gott, den wissen wir! Stefan Raab! Genial! Sehr schade, dass es aufgehörtet. Und die ganzen Formate, die er jetzt so bringt, ohne dass er vor der Kamera geht, steht. Es sind alle nix. Afrikanische Giftschlange. Mamba. Durchschnitt ist dann Mittel. Stimmt das? T, T. Mittel. Flügel! Folglich ist das... ALSO! dann ist das musikzeichen eine note der größte r teil das müsste asien sie haben dann haben wir römisch 2 trittrat rullala film von sylvester stallone aber ohne glanz ist nämlich schmatt alpental in tirol stubei gletscher stubei tal denkfehler irrtum das ist badekleidung mit 3i wie du siehst bikini fluss durch florenz abkürzung motorisiert und fluss durch florenz und monster und das vorne im tour snap und die in ordnung o goethe ballade herrige könig bringt mir da runter ins eck Ausgelassene Feuer, dichter Beinahe. Puh, oh Tomb Raider, Lara Croft. Englisch Osten, East. Eines der Mainzelmönchen, Dead. Dann ist Erdbodenland. Südfrucht ist dann eine Anna. Festlichkeit ist eine Gala. Ritze ist eine Spalte. Der Osteuropäer ist dann ein Slave von Slowenien. Ja, lustlos und ohne Schwung. So fühle ich mich heute irgendwie. Ganz komisch. Das Wege. Dann wird's schwierig. Von denen weiss ich auf nichts mehr, was da alles kommt noch. Goldgewicht. Unze. Ausgelassene Feier. Party hätte ich sein. Party. Aber Goldgewicht. Unze. Rational. Abstecher. Figurenfilmmatrix. Matrix war etwas, was ich überhaupt... Film ohne Sinn und Verstand. Ohne Handlung, ohne alles. Das ist alles Matrixische Vollkatastrophe. Computerlinguistik. Was das hier soll. Und das Monster. Unn. 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 Da fällt mir nur ein Untoder ein. Unn. Aber das passt ja nicht hin. Unn. 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 Geheure. Ist eigentlich das Wort, das da rein gehört. Unn. 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 Südtirolischer Bergsteiger also heißt der Bergsteiger in Südtirol so oder ist der Bergsteiger ein Südtiroler? Vorzeichen da gesehen. Das ist ja immer sowas. Vorzeichen. Das ist sowas weiß ich überhaupt nicht. Deutsche Grammatik da, das war nix damit. Oh, deutsch falsch. Das bringt mich aber auf das UN-Tier. Vorzeichen. Hast du vielleicht was anderes gemeint damit? Äh, O. Vorzeichen. Vorzeichen. Hm. Hat er überhaupt nicht so eine deutsche Grammatik? Oh. Computerlinguistik. Was das sein soll? Und der scheiss Nadelstrauch. Was ist denn ein Nadelstrauch? Oh, noch 5 Minuten. Und sieht schlecht aus. Rational fällt mir gar nicht ein jetzt im Augenblick. Scheiss Matrix. Ist mir nix equaler unser Han? Ne. Han Solo. So. So. Hi. Hi. Ja, ich sag's ja. Hi. Ja, ich sag's ja. Hi. Rational. Abstecher. Ausgelassene Feier. A. Adelstrauch. Das bringt mich alles nicht wieder. Wir machen mal das Lösungswort. B. Wie immer habe ich die mühselige Suche nach Zahlen und Buchstaben gekürzt. Beispiel. Beispiel. Das wird's wohl sie. Lösungswort. Beispiel. Sitzt, wackelt und hätt Luft. Hä? Beispiel. Hier ist S. Und 7 ist ein E. Ja, da können wir mal wenigstens da drauf. Das heißt leeren. Ausgelassene Feier. SAUSE? Wer sagt denn sowas? SAUSE? Nadelstrauch. Nadelstrauch. SAUSE? Abstecher. ASS? ASS! Äh Indisch, es rinnt Zem Zeebu 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 Ah doch, er war doch irgendwie so Nadelstrauch Aibe Alta Vorzeichen Omen Einer der besten Filme aller Zeit Omen, das Omen Computerlinguistik NL Zeit Schreibt mir nix Südtirolischer Bergsteiger Messmer Mess Messer Messner Messner Okay Rational Abstecher Assl Abstecher Assl Töne Du Duh Duh Du Duh Duh NLP So ist das? N N L Das ist net Na net Na net Na net Alter NLP Computerlinguistik NLP seid mir nix. Ja, Zeit ist um. Wie lang schon? Hab ich gar nicht geachtet. Das war Kreuzworträtsel Nummer 50. 50 Kreuzworträtsel hab ich schon gemacht. Wer hätte das gedacht? 50 Kreuzworträtsel. 50 Videos nur Kreuzworträtsel. Also wenn das mal kein Abo wert ist, bitte lasst ein Abo da für meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Der Satz ist bald hinfällig mit dem Aktiviert die Glocke. Da kommt irgendwas Neues auf uns zu bei YouTube. Daumen hoch und ansonsten bleibt wie ihr seid. Bleibt gesund. Und setzt doch gegen Corona zur Wehr. Trotz Corona. Und ansonsten bis zu einem nächsten Video auf meinem Kanal. Dann suche ich jetzt noch den Knopf und sage Tschüss. Tschüss. Nice.